Wir sind richtig früh aufgestanden. Die ganze Nacht ist leider bisslos verlaufen, obwohl wir echt Glück hatten mit dem Eis. Für alle, die Teil 1 dieser Videoreihe noch nicht gesehen haben, ich blende es euch hier oben mal ein. Also Teil 1 müsst ihr definitiv zuerst jetzt mal schauen, damit ihr wisst, was hier abgeht, welche verrückten Situationen wir bis jetzt meistern mussten, meistern durften. Ja und jetzt heißt es frische Köder rausbringen, damit wir vielleicht in der Morgenphase, wenn die Sonne jetzt aufgeht, die nächste Beißphase erleben dürfen. Der Wetterbericht auf dem Handy verheißt auf jeden Fall nichts Gutes, denn wir werden in den nächsten Tagen noch mal eine richtige Kältefront hier abbekommen. Also ich hoffe wirklich, dass das Eis uns fern bleibt. Wir werden sehen. Abfahrt! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin früh auf den Beinen. Es ist kurz vor sechs. Es ist immer noch stockdunkel. Die Nacht ist leider nach der letzten Aktion bisslos verlaufen. Aber jetzt heißt es dranbleiben, früh raus, Routen neu mit frischen Ködern bestücken, Routen neu auslegen. Denn ein frischer Deadbait hat natürlich ganz andere Attraktoren als ein Köfi, der jetzt schon acht, neun Stunden hier im Teich liegt. Mal gucken, ob dann jetzt im Morgengrauen die nächste Aktion kommt. Das Rotauge werde ich austauschen gegen eine große Makrele. Ich werde die Makrele komplett hier am Stück angeln, die Eisschicht oben abkratzen. Das ist kein Riesenköder, die hat vielleicht jetzt 18, 20 Zentimeter. Und so einen Köder kann man schon mal komplett servieren, da muss ich nichts abschneiden. Ein Haken setzt sich oben die Schwanzwurzel rein, schön durch den Strang hinten, der gut hält. Der Haltehaken jetzt für den Wurf, ein Haken hier kurz vor den Kopf, so sieht es dann aus. Ist doch ein schöner Happen zum Frühstück jetzt, für so ein großer Winterhecht. Riescht auf jeden Fall sehr, sehr markant, frischer Makrelengeruch, das geht jetzt hier wie ein Lockstoff durchs Wasser. Hier an dem Spot, wo wir uns gerade ansehen. Wo wir uns gerade befinden, haben wir den Vorteil, dass wir auch einige der Routen werfen können. Wir sitzen genau hier vor einer tiefen Kante. Die äußeren Routen haben wir beide mit dem Boot gefahren, links und rechts vom Boot. Aber hier die Routen im vorderen Bereich können wir problemlos werfen, wie beim Uferangeln. Und da kam ja gestern auch der erste Fisch. Das heißt dann immer unbedingt, dass Weite und Entfernungen wichtig sind. Wenn man dort den Kröter präsentiert, wo die Fische langkommen, kantennah in dem tiefen Bereich, hat man schon sehr, sehr gute Karten. Und was mir am besten gefällt, wir sind nicht eingefroren. Es ist zwar sehr, sehr kalt draußen, die Routen sind mit einer leichten Eisschicht überzogen, aber die Wasseroberfläche ist freigeblieben. Wir haben hier ein bisschen Wind, das Boot hat die ganze Nacht leicht geschaukelt. Und da ist natürlich Eisbildung dann sehr, sehr schwierig. Auf der nächsten Rute werde ich jetzt das Kopfstück, den vorderen Bereich von der Makrele, präsentieren. Hier hatten wir auf einen von den Routen den Schwanz angeködert. Bleibt natürlich der Kopf übrig. Die Teile braucht ihr nicht wegschmeißen, entweder zum Füttern aufheben. Aber auch so ein Kopf mit der Hälfte hier des Rückens kann ein sehr fängiger Köter sein. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Die Sonne ist draußen, es ist eisig kalt. Ich habe jetzt hier ein paar Köter aus dem Frost da rausgeholt. Ein frisches Vorfach schon mal vorbereitet. Beim Hechtangeln macht es jeder so, wie er denkt. Ein paar Piepser kommen, aber das ist jetzt wahrscheinlich die Bewegung von den Wellen. Ich setze sehr gerne diese Mr. Pike Ready Rigs ein, die Fertigpourfächer. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ihr könnt natürlich auch je nach Kötergröße, je nach verwendetem Kötertyp eure Vorfächer selber bauen. Wie das genau geht, wie der Bau eines eigenen Deadbait-Vorfachs, eines Stahlvorfachs genau funktioniert, zeige ich euch nachher noch im Video. Es ist überhaupt kein Hexenwerk. Ansonsten könnt ihr auch auf Fertigpourfächer zurückgreifen. Wir nehmen jetzt mal eins mit raus aufs Boot für die Ruten, die wir nicht werfen können, sondern die wir ziehen wollen an die Kante und zeigen euch mal genau den Angelplatz oder warum wir hier diesen Spot ausgewählt haben. Wir nehmen jetzt ein paar Köfis gleich mit raus, um die Ruten frisch zu machen. Einen Hering nehmen wir mit, eine kleinere Makrele komplett am Stück und auch hier so einen großen Bollermann, ja, den werden wir aber auf jeden Fall noch teilen. Der muss aber erstmal jetzt ein bisschen auftauen. Eure Köfis zum Hechtangeln, Süßwasserköfis wie auch Salzwasserköfis kriegt ihr bei köterfisch.de. Ich blende euch hier mal den Link direkt ein und in der Videobeschreibung findet ihr auch den Kontakt. Also da kriegt ihr immer rasend schnell neue Baits. So, und jetzt kommen wir mal raus. Ich zeige euch den Angelplatz, setze mal die weiteren Ruten, die wir nicht werfen können, schön in die Kante rein. Und hoffen auf die nächste Wintermutti. Es muss jetzt was angegehen. Jetzt haben wir kein Eis, nichts zugefroren, sollte gehen. So, schaut mal unser Schlauchboot an. Komplett gefroren, das Echolot. Ah, da müssen wir erstmal hier freikratzen. Jetzt müssen wir was sehen. An geht's. Problemlos. Das können sie, die Jungs. Aber hier sehen wir halt nichts drum. Das ist hier. Reigübbeln, die Körbi. Da kommt es schon rein. Jetzt gucken wir, ob wir den Motor ankommen. Hier seht ihr überall Fischsicheln am Kronen. Und das sind die Bereiche, die die Winterhechte jetzt auch aufsuchen. Wir haben fünf Meter Wassertiefe. Wir sind in einem Bereich in einer tieferen Rinne, neben diesen ganzen Flachwassergebieten hier. Und da ziehen sich jetzt natürlich im Winter die Futterfische rein. Und die Hechte folgen dahin. Hier seht ihr überall wieder große Sicheln auf dem Echolot. Hier kommt richtig Fisch durch. Das sind Weißfische, die da am Grund stehen. Und dort natürlich, wo die Weißfische stehen, da steht der Räuber hinten dran. Die sammeln sich jetzt alle in den tiefen Bereichen bei diesen kalten Bedingungen. So, und jetzt suchen wir uns einen Spot irgendwo, wo die Kante leicht ansteigt aus dem tiefen Bereich. Und da legen wir die erste Route ab. So, auf unsere erste Route. Werden wir einen schönen Hering setzen. Wichtig. Fanghaken hinten schön in die Schwanzwurzel rein. Und den zweiten Haken hier knapp vor den Kopf setzen. Zack. Immer noch gefroren die Teile, obwohl wir sie jetzt in Wasser gelegt haben. Unglaublich. So, gucken, ob der untergeht. So, nicht schwimmt. Ja, geht runter. Hering riecht sehr extrem. Ich habe da ein großes Vertrauen drin. Ich habe schon gute Hechte beim Hering fangen können. Beim Werfen sind sie etwas mit Vorsicht zu genießen, weil sie sehr weich sind. Aber jetzt beim Ablegen und Boot ist es problemlos. So. So, ich suche mir jetzt Bereiche, wo ich viel Futterfisch sehe. Hier kommt wieder so ein Bereich ins Echelot rein. Dann legt man jetzt die Route ab. Dann legt man jetzt die Route ab. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Zur zweite Route werden wir mit einer kompletten Makrele hier bestücken. Da kam gestern auch, gestern Nachmittag, der Fisch drauf. Und ich werde die noch mittel an der Seite anritzen, dass der Geruch ein bisschen rauskommt. Ich mache so kleine Schnitte rein, dass es ein bisschen anfängt zu stinken. Weil bei Makrelen fetzen habt ihr ja direkt die Geruchsexplosion im Wasser. Wir suchen uns hier auch eine schöne Kante. Hier im Hintergrund seht ihr die Rinner rauslaufen, die tiefe Rinner. Links und rechts von dieser Rinner ist ganz flaches Wasser. Stellenweise nur einen Meter tief, 80 Zentimeter. Schaut mal, dass hier Futterfisch ist. Dass hier Fisch ins Bild reinkommt. Unglaublich, die frieren im Wassereimer wieder ein. So, und das ist ein richtig schöner Brocken. Da werden wir auf jeden Fall ein Stück mal draufhängen. Und genau hier kommt der Geruch da raus. Wahnsinn. Das sind schon große Köder, die wir einsetzen. Aber wir wollen ja auch einen dicken Fisch fangen. Den zweiten Haken hier ganz knapp vorne dran. Schön vor die Öffnung. Perfekt bestückt für die Mutti. Jetzt gehen wir an die Kante gegenüber von uns. Schön schlafen können. Das geht jetzt noch richtig tief. Als Hauptschnur haben wir einen 0,40er bis 0,45er Mono im Einsatz. Geflochtene Schnüre könnt ihr komplett vergessen bei dieser Fischerei. Das friert euch dann alles komplett ein. Die Rolle, die Ringe, die Monoschnüre machen das ganz gut mit. So, jetzt kommt die Sonne richtig raus. Mal gucken, ob wir jetzt die nächste aktive Phase bekommen. Das sind oft so kleine Beißfenster. Das merkt man dann, wenn man eine Zeit lang draußen ist, wann die Fische aktiv werden. Jetzt im Morgengrauen habe ich eigentlich 1,5 bis gerechnet, aber war gar nichts. Gestern Nachmittag hat ein Schiff drüber gefahren, vorher euch schon prophezeit. Jetzt kommt das Ding los. Der geht, der geht, der geht, der geht. Komm, 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 komm. Hängt. Hier geht es wieder. Steht gut drin, steht gut drin der Fisch. Er kommt schön rein jetzt. Kommt schön rein. Okay, ich bin mal ein Kescher hier vom Dach. Das Keschernetz ist komplett gefroren. Das kommt durch. Ja, kommt durch. So, ich krabbel jetzt mal unter unserem Rottpott hier durch. Weil wir ja so schlau waren und haben uns den einzigen Ausgang hier vom Boot zugebaut. Oh, Wahnsinn. 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 Die Hechte stehen auf die Sonne. So, jetzt gehe ich hier rüber. Guter Fisch, guter Fisch. Können wir wetten? So wie der in der Route steht? Unglaublich. Unglaublich. So, bis jetzt kommt er schön hier mit rein. Läuft schön durch. Guck. Ich will wieder um den Pfeiler rum. Dann gib Schnur, gib Schnur, dann müssen wir ins Boot. Guck mal, ob du ihn rumkriegst, sonst gehen wir ins Boot. Das ist jetzt so ein Blödsinn passiert. Kriegst du ihn rum oder nicht? Alter Vater. Hä? Gib Schnur. Unglaubliche Aktion. Wir haben gedacht, wir können den Fisch ans Boot ran drillen. Der ist um den voller außen rum geschossen. Dann muss man doch ins Schlauchboot. Auf jeden Fall ein guter Fisch. Auf jeden Fall ein guter Fisch. Das ist kein kleiner Fisch. Kein kleiner Fisch. Kein kleiner Fisch. Oh ja, da kommt er. Das ist der erste Meter. Das ist der erste Meter. Definitiv. Alter Falter. Guckt euch das Kroko an. Guckt euch das Krokodil an. Guckt euch das Krokodil an. Ah, drin ist er. Friedri. Dankeschön. Wahnsinn. Wahnsinn, der Heringsfresser. Was der uns jetzt ein bisschen Action beschert hat. Wir haben zwar ein riesen Boot dabei. Also verhältnismäßig großes Boot. Aber dann wird es doch eng. Und er wollte um diesen Pfosten außen rum. Wir haben erst gedacht, wir können ans Boot ran drillen. Aber richtig starker Fisch. Richtig starker Fisch. Das ist unser erster Meter. Hier seht ihr nochmal den Pfosten, der uns eben fast zum Behängnis wurde. Alter, schon wieder hängt hier unten ein Fischchen drin. Guckt mal, was hier rauskommt. Da seht ihr, die Jungs sind voll auf Fressen aus. Das kriegt der Uwe, der glückliche Fänger. Sieht aus wie ein Mäderfisch. Jetzt in seinen Tee. Hier, Uwe. Die Heere gebührt dir. Kannst du auch direkt essen. Ist gut. Wahnsinn. Der Hering hat geliefert. Richtiges, schönes GroKo. Und direkt die Medermarke gesprengt. Petri Heilmann-Gütster. Vielen Dank. Die Medermudi. Dafür sind wir hier. Nach der ganzen Eis-Eskapade. Schöner Fisch. Richtig schönes GroKo. Richtig starkes GroKo. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Heringsfresser. Mega. Mega. Da war zurück unser GroKo. Schaut euch mal dieses Rückenmuster an. Wahnsinn. Wahnsinn. Da geht er wieder in die Tiefe. Petri Langer. Vielen Dank. Weiter geht die wilde Fahrrad. Was machst denn du da im Boot? Da sitzt ein kleines Vögelchen bei uns auf dem Boot. Na ja, der sucht auch Wärme. Kann ruhig auch nachher noch ins Boot reinkommen. Der erste Dicke ist gefangen. Wir sind mega happy. Ganz vorsichtiger Pist. Jetzt nimmt er. Seht ihr wie der geht? Seht ihr wie der geht? Bremsen noch mal kurz kontrollieren. Bremsen noch mal kurz kontrollieren. Hängt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe. Eiskalte Hechte. Wir sind schon wieder am Start. Diesmal war es die ganze Makrele. Mitten in einem Futterfischschwarm abgelegt. Steht gut drin. Steht gut drin. Steht gut drin. Wahnsinn. Rolle gefroren. Mittagszeit jetzt. Die Sonne kommt raus. Und die Hechte haben Bock auf unsere Köder. Da kommt er. Vielleicht wird es auch jetzt mein Mähder. Uwe hat seinen Mähder schon gefangen. Auf jeden Fall ein starker Fisch. Kescher. Hängt noch vorne die ganze Makrele raus. Gucken ob ich rankomme hier vom Boot aus. Das sieht auf jeden Fall aus nach einem Mähder. Wahnsinn. Wahnsinn. Hechtangen vom Feinsten. In der ersten Nacht sind wir eingefroren hier auf dem Teich. Jetzt verwöhnt uns die Sonne. Temperaturen immer noch. Eisig. Aber... Guckt mal in den Kescher rein. Der Makrelenkiller. Ganze Makrele. Großer Fisch. Dicker Fisch. Alter, schaut euch mal dieses fette Monster an. Ein Haken hängt es frei. Hängt hier im Kescher. Das ist üppisch geblieben. Von unserer... Von unserem Köder. Die wollte er haben. Komplette Makrele weggezogen. Ich hebe ihn jetzt raus aus dem Kescher. Vorsichtig. Das ist ein fetter Fisch. Komplett weggezogen. Seht ihr das? Ganz wichtig ist, dass ihr dann eine lange Zange dabei habt. Damit ihr den Fisch schön wieder lösen könnt. Mit einer kurzen Zange habt ihr hier keine Chance. Seht ihr, mit einer langen Zange kriegt ihr das Vorfach schön schnell raus. Verletzt den Fisch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was der Sache ist. Aber... Ich glaube, mein Meter ist jetzt aufgefallen. Richtiges, starkes GroKo. Ja. Knapper Meter 10. Wahnsinn. Wahnsinn. Genau deswegen sind wir hier. Das ist ein richtig dickes Winter GroKo. So müssen sie aussehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Bauch. Der Fisch. Geil. Achts ist auf jeden Fall drauf. Jetzt im Winter. Dass jetzt die Fische schön wässert. Habt ihr eben schon gesehen, dass ich da kein Eis bilden kann. Dass sie nicht auf eine gefrorene Matte kommen. Krasser Fisch. Krasser Fisch. Krasser Fisch. Dafür nehmen wir die ganzen Strapazen auf uns. Winterangen vom Feinsten. Krasser Fisch. Petri Heil. Wahnsinns Fisch. Ist schon wieder. Man. Ciao. Danke. So, die Rude kommt wieder ans Bord. Und dann zeige ich euch mal in aller Ruhe, wie ihr euer perfektes Hechtvorfach, euer Deadbeetvorfach ganz einfach und schnell selber bauen könnt. Rude muss wieder ans Bord. Jetzt haben wir noch ein Angebot. Jedenfalls werden wir wieder eine dicke Makrene da draufsetzen. Schon verrückt, ne? Wenn ihr euch diese Ködergrößen hier anschaut. Aber die Winterhechte haben Bock auf große Köder. Die dicken Hechte, ja. Aber ihr habt es ja auch selber gesehen. Aus den letzten zwei großen Fischen, die wir fangen konnten, haben wir überall auch Überbleibsel der vergangenen Jagdphase rausgeholt. Einmal ein dicker Barsch. In Video Teil 1. Und jetzt eben was nicht identifizierbares. Und unsere Makrene komplett zernagelt. Also keine Angst vor großen Ködern. Im Winter auf Hecht. Und aktuell, man muss ja immer mal testen. Bei mir zu Hause laufen die Süßwasserfische deutlich besser. Aber hier jetzt haben die Salzwasserfische die Nase vorne. Also immer eine gesunde Mischung an Ködern am Start haben. Hering hat gefangen. Makrele am Stück hat gefangen. Rotauge, also die Süßwasserköfis, blieben bisher unberührt. Mal gucken, wie das weitergeht, ja. Rude wird neu gesetzt. Wir haben jetzt schon wieder frühen Nachmittag. In zwei, drei Stunden ist es schon wieder stocke duster. Aber bisher die Nachtphasen, auf die ich ja eigentlich so schwöre beim Hechtangeln, beim Großhechtangeln, war keine Aktion. Tagsüber, wo die Sonne geballert hat, in der Windstille jetzt, kamen die Bisse. Und nachts, wo es nochmal richtig angezogen hat mit den Temperaturen, war bisher nichts. Aber das muss ja nichts heißen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, mein Meter ist gefallen. Ich bin mega happy über den starken Fisch. Never change a running system. Frische Makrele. Leichte Ritze rein. Wenn ihr komplette Köfis am Stück verwendet. Das hat eben an den Dicken gebracht. Großer Köder. Großer Fisch. Wir bringen es wieder auf den Spot. Das ist unglaublich. Obwohl die Sonne jetzt draußen ist. Immer noch eiseiskalt. Ganz im Boden ist gebrochen. Aber anscheinend stehen wir aktuell auch die Sonne. Hier kommen jetzt wieder überall Köfis ins Bild. Futterfische sammeln sich jetzt auch hier im tiefen Bereich. Futterfisch. Genau da muss sie liegen. Schön direkt wieder hinten drin. Schauen wir mal, ob noch einer kommt. Die Wintersonne. Und kein Eis in den Schnüren. Kann man wenigstens vernünftig angeln. Wichtig ist, dass ihr beim Angeln oder besser gesagt nach der Köderablage mit einer offenen Rolle angelt. Deswegen nutzen wir hier auch monophile Schnüre. Geflochtene würden euch alles zufrieren. Die komplette geflochtene Schnur würde auf dem Spulenkern einfrieren, weil Geflechtsschnüre Wasser aufnehmen. Und das gefriert dann an der Rolle. Deswegen die Monoschnüre sind das Optimale hier im Winter zum Angeln. Die Rolle anspannen, dass ihr schön Kontakt zum Köder habt. Bügel öffnen. Den Penselbissanzeiger direkt unter der Rolle einhängen. Gehen noch eine kleine Wicklung weiter runter. Je nachdem, ob der Fisch auf euch zukommt oder wegschwimmt. Dann kriegt ihr direkt, wenn er hoch geht, und auch wenn er durchfällt, Signal. Wenn der Hecht richtig ran zieht, zieht ihr euren Swinger hoch und löst aus. Und kann von der freien Rolle Schnur nehmen. Aber jetzt zur ersten Bisserkennung sind diese Bobbins da. Diese sogenannten Hechtpendelbissanzeiger optimal. Und sie verhindern auch ein unkontrolliertes Ablaufen der Schnur von eurer Rolle. So, das Ding sitzt. Daumen drücken. 1,30 m wäre aber geil, oder? So ein richtiges GroKo. Ne, wir sind schon mega happy. Für das, was wir bisher meistern mussten. Weiter geht's. Hau rück, hau rück, hau rück. Jawoll! Alter Falter! Was ist das? Was ist das, Jungs? Am späten Nachmittag geht das Ding so nach vorne. Wie ein Karpfen! Ab, weg! Ja. Ne, das darf so nicht da sein. Ausgestiegen! Ja. Die große Makrele. Der ist schön reingelaufen. Aber der ist richtig losgelaufen, das Ding. Richtig. Am Kopf und am Schwanz ein Hook. Tut weh, aber weiter geht's. Das ist angeln. Unglaublich. Wie sie das manchmal machen. Wieder raus, das Ding. Weiter geht's. Davon lassen wir uns jetzt definitiv nicht unterkriegen. Alter, auf die Joker-Route ein bisschen. Stehen wir hier lang. Liegt hier drüben auf der Insel, ist komplett losgefallen. Wir wissen nicht, ob es Eis ist oder vielleicht auch ein Tommeran. Überspring rüber. Unsere Joker-Route. Dann unsere kleine Insel hier, die gelegte. Schöner Fallbiss. Und wieder der Hering. Der Hering macht. Da kommt er. Das ist wieder ein Meter. Das ist wieder ein Meter. Alter Falter. Petri Heil, mein Freund. Petri Heil. Nicht zu viel versprochen, Jungs. Auch fast wieder. Meter neun hat er. Richtige Wintermutter. Mathe, haben wir nass gemacht. Ernstsache, ne? Dass die Fische hier keinen Schaden nehmen können. Es ist so kalt, da müssen wir wirklich Gas geben. Weil Eis und Kälte ist genauso schlimm wie Sonne sein kann. Schaut euch dieses GroKo an. Wahnsinns-Teil. Wahnsinns-Fisch. Bam. Und nun, mein Güster? Na ja. Hat sich alles gelohnt. Heute Abend könntest du mal irgendwie mit einem schönen Tee machen oder eine Fußmassage. Ja, das sollte ich schon machen. Bin mir sicher. Wahnsinn. 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 Hier im Eismeer. Petri Heil, mein Güster. Vielen Dank. Bam. Was ein GroKo. Jetzt eskaliert es langsam. Hering ist der Bringer aktuell. Ich habe den nächsten aus der Box geholt, ein paar haben wir noch. So, und die Rute müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal setzen vom Dunkelwerden. Diesmal mit einer Eisbombe. Aber die taut im Wasser auf. Also der Plan hier auf unsere kleine geheime Insel, wo unser Boot auch verankert ist. Im Hintergrund geht es ja hier. Oben ist die Technolampe schon an. Haben wir jetzt eine Route noch gesetzt, um in einen anderen Bereich will rein angeln zu können. Ja. Und die hat uns jetzt in der Dämmerungsphase den nächsten Fisch mit knapp 1,10 gebracht. So sieht es aus. System. Einfach aber effektiv. 100 Gramm Blei. Und keine Strömung. Ledger Boom. Läuft schön frei auf der Schnur. Ja. So. Ja und die Teile werden einfach ausgeworfen. Glaub nicht, dass er immer nur ein Boot in Eschholt braucht zum Hechtanomität. Kleiner Pendler. Gucken, dass ich hier mit dem Kraut hängen bleibe. Zack. Schön unter Druck absinken lassen. Zack. Unten ist er. Langsam auf leichten konstanten Druck kurbeln. Wir nutzen nicht viel Blei. Rolle auf. Das Finger einhängen. Zack. Dann schiebt ihr eure Rolle direkt über den Händelbissanzeiger. Wickelt euch so viel Schnur auf, dass er knapp unter der Rolle hängt. Also dass er auf jeden Fall ein Signal bekommt, wenn er nach oben geht und wenn er abfällt. Eben hat man einen Fallbiss. Eben hat man einen Fallbiss. Hat nur zweimal gepiepst. Aber hat funktioniert. Okay. Passt. Und wenn die Rolle im Endeffekt genau drüber sitzt, habt ihr auch keine Probleme mit Wind, der euch sonst von der offenen Spule, vom offenen Bügel jetzt die Schnur runterziehen würde. Weiter geht's. Jungs und Mädels, wir haben ein kleines, aber ernsthaftes Problem. Unser Bekannter vom Campingplatz, wo wir geslippt haben, hat eben angefunkt, wir sollen bitte schon heute unser Boot rausholen, weil alles da unten komplett zufriert. Da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Kennen wir ja, eingefroren zu sein. Wir haben jetzt hier einen Spot gefunden, wo das Wasser frei ist. War auch so bis jetzt, aber schaut mal. Der Wind ist komplett eingeschlafen. Jetzt frieren wir wieder ein. Guckt mal hier. Wir waren gerade dabei, das ganze Boot ein bisschen umzuräumen. Ich habe meinen Pott hier weggemacht, unter dem ich permanent durchkriechen musste. Und habe ihn auf die andere Bootsseite da drüben gerade gebaut. Vor einer Viertelstunde, 15 Minuten, war noch alles gut. Und jetzt, schaut mal da raus. Komplett alles schon eingefroren. Die Schnur, meine Schnur hängt hier drüben an der Kaimauer. Komplett eingefroren. Das Schlauchboot ist fest. War eben auch noch frei. Liegt jetzt schon in Eis. Aktuell ist die Eisschicht, die ihr noch seht, relativ dünn. Aber ihr seht schon, die zieht sich komplett hier über den Teich. Hier, wo die Schifffahrt stattfindet, Industrie-Schifffahrt, große Schiffe permanent Häfen verlassen, geht jetzt auch der Tümpel zu. Hier vorne auch. Die ersten Eisschollen treiben hier durch. Hier ist gerade die letzte Route, die wir jetzt wieder setzen wollten. Die Route vom verlorenen Fisch. Ja, keine Ahnung. Entweder müssen wir jetzt auf unsere kleine geheime Insel ziehen hier rüber. Weil das Becken hinten dran, das war noch eisfrei eben. Hat ja auch einen guten Fisch geliefert. Aber selbst hier die Einfahrt zu einem großen Industriehafen, wo permanent Bewegung drauf war, scheint jetzt heute Nacht zuzufrieren. Unglaublich, unglaublich. Braucht euch keine Gedanken machen, wir sind sicher hier auf dem Boot. Uns passiert hier gar nichts. Aber angeltechnisch gesehen ist das ein Desaster. Wir müssen abwarten. Zwei Routen liegen hier noch. Die dritte, wo eben der Dicke drüben kam, liegt auf unserer Insel, hier gleich neben dem Boot. Da können wir rüberspringen. Meine linke Route. Die Heringsroute. Die ist jetzt schon langsam eingefroren. Also auf jeden Fall, vorne gibt es eine riesen Eisfläche vor der Route. Ja, vier Routen sind im Wasser. Zwei sind noch nicht gesetzt, aber ich glaube, das können wir uns ersparen. Unser Freund der Vogel ist wieder da. Da sitzt er da unten. Der arme Kerl. Jetzt ist er auf dem Schlauchboot hier vorne. Da ist er jetzt. Jetzt ist er weg. Da ist er. Der sucht auch Zuneigung. Der war heute schon in unserem Boot drin. Kein Witz. Jetzt blende ich euch hier mal ein. Die Aufnahme. Wie er hier rum geflattert ist an der Heizung. Jetzt hockt er da am Ankerseil. Jetzt hockt er hier. Kommt rein. Kleiner, flinker Kerl. Aber wir sind oder wir werden wahrscheinlich noch Buddies hier, solange wir hier hängen. Wenn wir heute Nacht hier wieder einfrieren, wird es definitiv so. Wenn wir den Vogel noch zu uns hier in die Kajüte reinholen und dann werden wir das hier aussitzen müssen. Unglaublich, unglaublich, dass jetzt auch hier, wo gestern noch nichts von Eis zu sehen war, sich so ein riesen Eisteppich plötzlich bildet. Und wir brauchen da nicht rumzaubern und irgendwas erzählen. Oder die Leute denken immer, oh Drama Queen. Hoho. Die Jungs machen hier richtig Action. Wir finden es selber nicht so cool. Wir haben es jetzt schon mal eine Nacht erlebt. Aber schaut selbst. Das ist gefrorenes Wasser. Und das war definitiv vor 20, 30 Minuten noch nicht der Fall. Plötzlich geht es zu. Ach Gott. Weiter geht es. Wir bleiben dran. Moment, ich muss mal Licht anmachen. Definitiv werden wir jetzt wieder einfrieren. Wir gehen in zwei, drei Stunden noch mal raus. Dann zeige ich euch das Drama, was da auf uns zukommt. Sicher ist es, glaube ich. Hier ist kein Wind. Komplette Windstille. Und hier unten, wo bis vor 40, 50 Minuten jetzt noch bestes Hechtangeln möglich war, werden wir jetzt auch festfrieren. Heute Abend gibt es eine schnelle Mahlzeit. Weifut. Die Dinger sind noch nicht eingefroren. Weil an Grillen ist jetzt nicht zu denken. Wir ballern jetzt hier so einen leckeren Lassi rein. Schaut mal in der Videobeschreibung. Wenn es mal schnell gehen muss, stellt es auf jeden Fall einen Hunger. Und später werde ich auf jeden Fall noch mal mit euch rausgehen. Wir können jetzt schon mal rausgehen. Ich sehe es am Öffnetisch. Zwei Routen haben wir jetzt gar nicht mehr gesetzt, weil ich überhaupt keinen Platz mehr habe, die irgendwo hinzuwerfen oder hinzufahren mit dem Schlauchboot. Aber die anderen Routen, die liegen, die liegen jetzt schon unter einer Eisfläche. Jetzt können wir nur hoffen, können wir wirklich nur hoffen, dass morgen die Sonne Kraft hat oder heute Nacht Wind aufkommt. Oder ein paar Schiffe hier noch vorbeikommen. Ansonsten haben wir das gleiche Problem wie in der ersten Nacht. Da sind wir festgefroren. Und hier sind definitiv Fische am Spot. Hier knallt es. Und ich habe absolut keinen Bock, so einen großen Fisch wegen der Eisdecke zu verlieren, also abzureißen. Deswegen haben wir auch die letzten zwei Routen jetzt hier draußen gelassen. Wir kriegen sie eh immer ins Wasser rein. Also am Grund runter die Köder. Unglaublich, unglaublich. Aber die ersten Muttis sind da. Also wir haben glaube ich jetzt bisher nur ein Fisch unter der Metermarke. Einer knapp über einen Meter. Zwei, circa mit einem Meter zehn. Unglaublich. Aber jetzt kann es sein, dass wir wieder einfrieren. Verrückt. Verrücktes Angeln. Verrücktes Angeln. Untertitelung des ZDF, 2020 So schnell wendet sich das Blatt beim Angeln. Wir haben uns in Sicherheit gewegt, konnten richtig starke Fische fangen, waren happy, dass wir einen Platz gefunden haben, wo kein Eis anzutreffen war. Und jetzt, jetzt kommt das Eis zurück und wir frieren wieder ein. Abbruch ist für uns keine Option. Wir haben ja auch keine Chance, die ganze Tour jetzt hier aufzugeben. Denn die oberen Gewässerbereiche hoch zu unserer Slip-Anlage, wo wir das Boot gewässert haben, sind komplett zugefroren. So dick zugefroren, dass sogar der Bekannte oben an der Anlage uns angerufen hat und gewarnt hat und hat gesagt, ihr müsst jetzt vom Wasser runter. Jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir auch bleiben. Jetzt müssen wir hier bleiben. Wir machen das Beste draus und wie es weitergeht, was weiterhin hier draußen in der Eishölle uns beim Hechtangen widerfährt, das seht ihr nächsten Sonntag auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächsten Sonntag Teil 3 der Videoreihe Hechte eiskalt. Und eins kann ich euch versprechen. Es wird nochmal richtig, richtig cool. Bis nächsten Sonntag. Alles Gute, viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.